Heute, die normale Behörse meines Kickerwies in der Schrieklage. Und hier war noch mal der kleine Kickerwies in der Schrieklage. Meine Damen und Herren, er sitzt nun an zur Wichtskurve. Immer wieder eine Schrieklage, da der Fahrer nicht sehen kann, wo er hinzieht. Aber auch das klingt zufrieden. Und sonst ist der Fahrer und der Schrieklage. So, meine Damen und Herren, er steigt nun aus. Und hier würde ich noch aushören für Europas. Danke, Herr Präsident.